Literacy ist ein Bildungs- und Erziehungsbereich aus dem BEP und steht grundsätzlich für Lese- und Sprachfreude, für das phonologische Bewusstsein, Sprache verstehen, schreiben können, beziehungsweise die Wurzeln des Schreibens mit den Buchstaben lernen. Literacy wird den ganzen Tag, jeden Tag in der Wichtel Akademie gelebt. Eigentlich kommt man um das Thema gar nicht rum. Wir versuchen, die Kinder zu einem gesunden Bezug, zu Sprache und auch zu Schrift zu bringen. Es ist sehr wichtig, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir Sprachvorbilder für die Kinder sind und dass wir nicht auf Fehlern rumhacken, sondern so Niffe wie korrektives Feedback im täglichen Gespräch mit den Kindern anwenden. Sprache ist der Schlüssel zur Bildungsbiografie, deswegen ist das Thema gar keinen Fall zu vernachlässigen. Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, sich auszudrücken und so wird der Wortschatz der Kinder automatisch spielerisch angereichert.